Am Rande der Rotodendon-Stadt Westerstede befindet sich unser Ferienhaus Sommergarten. Unser Feriendomizil mit renoviertem Landhaus ist von einem 5000 Quadratmeter großen Garten umgeben. Dort können sie die Abende gemütlich beim Grillen ausklingen lassen und den Blick auf die umgebende Landschaft genießen. Jede Wohnung verfügt über eine individuelle gemütliche Gartenterrasse. Die Kinder spielen gefahrlos auf dem großen Grundstück. Direkt am Grundstück beginnen herrliche Wanderwege und Fahrradtouren. Es sind nur fünf Minuten bis zum schönsten Dorf der Region. Trotz idyllischer Lage ist es zur Stadt mit Schwimmbad, Sportanlage, diversen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants nicht weit. Ihre Fahrräder oder Ihr Motorrad können Sie im Schuppen sicher abstellen. Und auch das Auto wird auf dem Grundstück problemlos gepackt. Ferienwohnung Flieder ist etwa 105 Quadratmeter groß mit zusätzlichen Schlafspitzboden für zwei Kinder. Im Inneren der erst 2009 fertiggestellten Wohnungen finden Sie ein stilvolles Ambiente. Hervorgegangen aus einem Mix von Tradition und Moderne. Die großen Fenster im Dachgeschoss mit dem wunderschönen Ausblick ins Grüne, die bequemen Rosensofas und die Betten mit den hochwertigen Matratzen runden das Wohngefühl der gemütlichen Wohnung ab. Die Wohnung Rose mit 75 Quadratmeter. Die Ferienwohnung Rose befindet sich in der rechten Hälfte des in ruhiger Lage gelegenen Ferienhauses Sommergarten. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss. Und aus jedem Zimmer öffnet sich der Blick in den idyllischen Landgarten des Hauses. Die Schlafzimmer, die voneinander getrennt liegen, sind einmal mit einem Doppelbett und das zweite Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Lassen Sie sich begeistern und buchen Sie im Ferienhaus Sommergarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017